Hallo, ich bin Cheyenne und ich mache meine Lehre aus Fage in der Stiftung Blumenfeld. Ich zeige dir heute meinen Alltag. Kommt doch mit! Das Blumenfeld ist ein schönes, grosses Gebäude, wo viel Licht hineinkommt und wo es eine gute familiäre Atmosphäre hat. Meine drei Haupttätigkeiten sind es am Morgen die Leute zu pflegen und auf ihre Bedürfnisse eingehen, die Medizinaltechnik durchführen und das Essen servieren. Das Schöne am Blumenfeld ist, dass wir fünf verschiedene Wohngruppen haben und die Möglichkeiten in unserer Ausbildung haben, diese alle zu erleben. Meine Lieblingsarbeit ist der Umgang mit Medikamenten und kann nicht viel Verantwortung übernehmen. Ich bin von Anfang an gut vom Team aufgenommen worden und habe schon frühzeitig eine gute Bündung zu meinen Bewohnern aufbauen. Besonderlich an meinem Beruf ist, dass ich auf die Leute eingehen kann, dass sie ein Vertrauen zu mir haben, und eine gewisse Bindung, weil sie mich recht nahe an sich hinzulassen und das ein schönes Gefühl ist. Wenn man diesen Beruf lernt, muss man empathisch sein, man muss auf die Bedürfnisse von anderen eingehen können und man muss auf jeden Fall gut im Team arbeiten können. Wenn dir dieser Einblick gefallen hat, dann bewirb dich doch jetzt bei Stiftung Blumenfeld. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020